Hallo und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute haben wir Dashpacks. Ja Leute, herzlich willkommen. Heute haben wir hier Series 5 Super Dashpacks von der neuen Serie Miraculous Revival. Es gibt in diesen Dashpacks hier 5 Types in total. Also das heißt, es sind 5 Promokarten da drin, 5 verschiedene. Ich habe hier 10 Stück. Optimal wäre es natürlich, wenn wir jede hier 2x ziehen oder auch eine 4x, wie auch immer. Wir gucken einfach mal. Soweit ich weiß, gibt es hier drin den One Star Ball. Dann haben wir drin einen Son Goku Blue. Super Saiyan Blue. Dann haben wir Android 17 mit da drin. Wir haben Janimba Leader. Und wir haben Uranae Baba. Lasst uns gleich in das Video starten hier. Direkt einfach mal auf. Und wir starten mit dem One Star Ball. Sehr schick. Schöne Textur. Weiter geht's. Und es ist... Juhu! Negating Fist Super Saiyan Blue Son Goku. Da wäre ich nicht traurig, wenn wir von dem 4 Stück ziehen. Der ist ziemlich geil. Sieht ziemlich gut aus. Gleich mal den Müll hier so ein bisschen zur Seite packen. Zack. Uranae Baba. Damit hätten wir 3 von 5. Ganz gute Bilanz bisher. Der Speck Nummer 4. Der Speck Nummer 4. Karte Nummer 4. Uranae Baba. Guckt euch diesen Schein an hier. Weiter geht's. Der Speck Nummer 5. Also zumindest von jedem eine möchte ich wohl ziehen. Aber das kann man ja nie so ganz genau wissen. Nochmal Uranae Baba. Super. Okay. Bitte. Da sehen wir schon. Das ist die 4. Karte. Das ist der Janimba Leader hier. Relentis Beat Janimba. Das ist die Vorderseite. Die Leader Front hier. Awakening Front. Gut. Fehlt noch einer zum Glück. Android 17. Vielleicht jetzt. One Star Ball. One Star Ball. Schön. Gut. Drei Chancen haben wir noch. Ich mach weiter. Noch ein One Star Ball. Sehr gut. Jetzt könnten wir langsam mal wieder eine Son Goku bekommen oder eben den Android 17 auch noch. Damit ich alle 5 habe. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Ja. Come on. Come on. Ja. Woohoo. Alle 5. Sehr schön. Okay. Ich sortiere mal das hier mal so ein bisschen zur Seite. So. Bitte, bitte. Noch ein Son Goku. Und nicht. Uranae Baba. Oh Gott. Die Karte. Die ist ein bisschen zerknickt. Oh nein. Und es ist auch noch Son Goku. So ein Goku. So ein Goku. Oh nein. Na ja. Das kann man wieder gerade biegen hier. Schade. Okay. Aber. Sehr schön. Wir haben hier dreimal den One Star Ball gezogen. Wir haben dreimal Uranae Baba gezogen. Wir haben den Janemba Leader. Wir haben Android 17. Inferno Forged Hellfighter 17. Okay. Und mein Personal Favorite. Negating Fist Super Saiyan Blue Son Goku. Von dem ich noch 2 mehr brauche für ein Playstation. Wahnsinn. Ja Leute. Wie immer. Danke fürs Anschauen. Wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Ihr könnt gerne ein Like da lassen. Macht einen Comment wenn ihr wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.